Zurück nach Hause! Und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feiglinge! Sieht mit Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Was ist das? Mein Vater? Ja, das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunde nicht zünden, aber nichts haben. Tu, was ich sage und los! Die Frage ist nur, auf welcher Seite steht er an sich? Ist er, also der Vater, ist er bei den Briten oder bei der Bürgerwehr hier quasi? Ups, Entschuldigung. So. Was soll denn diese Aufruhr von eurem Townhouse? So. Jetzt bin ich auf den Dächern. Hopp. Okay. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, wir können nicht verhindern, dass er sein Werk vollendet, sag ich mal. Oh, verdammt. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das war knapp. Alles komm, ich bin direkt hinter dir. Oh, verdammt. Zack. Haben wir ihn erledigt. Ah. Oh ja, das war ja auch sehr klug. Ach, den kennen wir doch, die olle Kackratze. Alter, was hat der denn für eine Frisur, der eine? Zeitlimit für erfolgreiche Flucht. Daneben. Uiuiuiuiui, das war knapp. Zack. Erledigt. Ich muss sofort zu Achilles. Wo ist Achilles? Ist irgendwie ein passender Name für ihn, weil er humpelt und so ein bisschen. Vielleicht hat er ja was mit der... Oder vielleicht ist das ja sogar nur ein Spitzname. Oh. Ey. Ey. Alter Schwede. Scheiße, ey. Okay. Ja. Die haben schon ein bisschen mehr drauf. Ich bin auch hier höchst bekannt, sag ich mal. Oh, da ist eine Almanachseite, aber die spare ich mir erst mal. Alter. Macht Platz da. So. Alles klar. Dann sind wir ja nur noch über den Fluss hier. Daneben. So. Ja, ja. Ich muss nur kurz untertauchen hier. So. Was nu? Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Beschehung. Wer bist du? Samuel Adams. Stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her, hört her, hört her. Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn... Alter, wie schnell haben sie das denn hinbekommen? ...für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Ehren führen. Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Ah, okay. Bekanntheitsgrad senken. Ich kann nicht reden, solange noch Steckbriefe übrig sind. Oh, klasse. Wer hat mich denn jetzt schon wieder hier gesehen? Ich mach ihn noch locker fertig hier, Mädels. Zack. Wow. Bam, bam, bam. Zack. Ah, diese Pisser gehen mir auf den Sack hier. Bam. Und der letzte? Jawohl, ja. Auch keine Chance. Aber plündern können wir noch, ne? Plündern ist noch drin. So. Money, money, money. Oh, wir haben ja über... Ist das noch von der... Einen Truhe, die wir da geknackt haben? So, ich denke, das reicht. Ja, den hier noch. Ach, und den noch, wenn er schon hier so schön liegt. Sind das zwei? Ja, Tatsache. Bleib stehen, ich will nicht sprechen. Okay. Ach was. Bekanntheitsgrad wird jetzt wieder gesteigert. Ah. Ja, der sitzt da auf dem Fass. Oder hockt da drauf. Gegner können sie entdecken. Okay. So. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ah, Karne. Da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Cyrus. Ist das der Mörder? Oh, ich mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite. Oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Geh zu und lerne. Ich danke euch, Cyrus. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Eine Aufgabe bleibt noch. Na gut. Ah, okay. Ach, da ist er. Ach so. Er folgt mir. So rum ist das also. Oh, hab ich dich geschubst. Ja, ja, komm. Ah, okay. Freimaurer. Hübs. Ja. So. Hat niemand mitbekommen. Ah, die Tunnel gibt es wieder. Ich hole mir die einmal nach Seite hier. Da ist sie. Scheiße, ich hab sie schon verpasst. Oh, verdammt. Ja, fallen lassen. Ah, ich will immer Shift drücken. Auch daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Ja, die ist eh futsch. Ach, Mann. Nichts, was sich hier interessiert hat. Ich werde das sehen. Ich werde das sehen. Ich werde das sehen. So. Ach, Mann. Alter Schwede, da bringt man mal ein paar um hier und gleich ist die ganze Stadt hinter einem her. Ey. Pissnel. Wie, wie viel Schläge die schlucken, ey. Alter, die muss ich ja richtig hier zum Batsch verarbeiten. Ja, kein Recht, nicht so zu behandeln. Ah, okay. Das sind die Tunnel also. Betreten. Von ganz Boston gesucht. Sequenz 5. Mission beendet. Sehr schön. Muss man jetzt auch durch die Tunnel laufen, oder ist das wie in den Vorgängern, dass man dann einfach sich Zielort aussuchen kann. So eine Art Schnellreise. Sieht ja sehr sicher aus. Okay. Schnellreisestation gefunden. Eine von 10. Zünde die Lampen mit deiner Laterne an, Connor. Sie zeigen uns den Weg, sollten wir umkehren müssen. Und weshalb bauten sie diese Tunnel? Okay. Was für Lampen soll ich anzünden? Ha. Hier. Ah, okay. Sehr gut. Lass uns weitergehen. Crewen Coffee House. So sehr ist mir schmerzt, das zu sagen, aber wir müssen den Ratten folgen. Sie bewegen sich oft in Richtung Ausgang. Okay. Machen wir hier mal ein bisschen Licht, ne? Jawohl, ja. Da sind wir da. Gut, gut. Du hattest recht. Ich entschuldige mich für meine Zweifel. Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist. Teufel. Ich schätze, Schlösserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire. Kinderspiel. Na, eigentlich nicht. Ich hasse es, aber... Was sein muss, muss sein, ne? Ich... Na? Und die Spannung zu halten, okay. Na? Ah, sehr schön. Gut gemacht. Der Drucker ist nicht weit. Wir sehen uns dort. Okay. Abtauchen. Sequenz 5 wahrscheinlich neue. Jawohl. Ah! Ja, Kinderspiel. Ach ja, ach ja, ach ja. So, wie geht's weiter? Ah. Zack. Ich würde sagen, bevor irgendwas kommt, wird erst mal hier hochgeklettert und die Aussicht ein bisschen genossen. Also, ich würde sagen, wenn ich hier ein bisschen... Ah! Ich würde sagen, wenn ich hier ein bisschen... Ich würde sagen, wenn ich hier ein bisschen... Ich würde sagen, wenn ich hier ein bisschen... ...